In wenigen Minuten geht's dann auch schon los, 16 Uhr, das ist dann Kick-Off hier bei uns in der Elisabeth-Wolf-Straße. Heute ganz günstig, für alle Football-Fans gibt's Glühwein im Angebot. 2,50 der Becher. Und wem das nicht reicht, Grog hätten wir auch nochmal im Angebot, also da sollte heute doch keiner zum Frieren kommen. Und ansonsten sehen wir natürlich auch noch gleich die Cheerleader. Da freuen wir uns natürlich drauf. Heute noch leichter bekleidet als sonst, stimmt's? Gar nicht! Auch schön! Im Sport ist alles möglich. Und vielleicht sind ja die Rostocker heute ein bisschen unterkühlt, an der Küste ist es ja immer gefühlt 20 Grad kühler. Und die Jungs aus Cottbus sind schon richtig unter Volldampf. Und dann gucken wir, dass wir hier ordentlich den Touchdown hinlegen und dementsprechend heute einen Sieg einfahren. Hier zu Hause in Cottbus. Und hier sind wir die Freunde in Cottbus! Mit der Nummer 1, Michael Mahler. Nummer 2, Chris Rohr. Nummer 3 für die ersten Wege. Nummer 5, Jett Stöckner. Nummer 6, 6, Christian. Nummer 7, Buster, but that's good. Nummer 9, Carl Wilken, Delsen. Nummer 9, Sean Davidson. Nummer 7, Kölner Kosti. Nummer 2, 3, 7, 6, 3, 8, fastball. Schecksen, 8, 3, Gordi Goldhammer, 44, David Bohner, 50, Jörg Geister, 51. Alex, Jan, Nummer 54, Steffen, Schultz. Wenn wir 70 0 nach Hause schicken, das ist ein richtiges Teil heim. Richtige Hausnummer. Wir auf Platz 2 versuchen natürlich Rostock ein bisschen zu ärgern. Eine komplette Perfect Season kriegen wir ihn einfach nicht. Und was passiert jetzt? Jetzt gehen die Teams nach vorne, die Teamcaptains gehen nach vorne, werden den Coin werfen, dort wird entschieden, wer das Angriffsrecht hat, wer als zuerst in der Defense rein muss. Offense, Defense, Siegung, als Capitains 67. Wir nehmen uns wieder die Höflichkeit weg, Marco. Wir haben ja jetzt. Nicht, dass er langsam ist. Nein, das ist so. Ja, manche Leute schon Bikurhabende besuchen. Nein, der nicht. Er hat immer wieder noch neue verplatschen. So, 88, Alexander Buschen, Teamcaptain Nummer... Da sehen noch zwei Leute wie einer aus und schon Teamcaptain, noch nicht fünf. Das ist ich. Nummer 72, BLAB, ESO und Nummer 42, Alexander Jett. Wir sind eigentlich fünf, ja. Wir sind Teamcaptain, Siegung, war so verpflichtig. Cottbus zwischen den Gastgebern, den Cottbus Kelko. Und den Gastgebern, Rostock Bürfen. Mein Name ist Nick Würfen. Ich bin der Leitende, der Kuschgert ist der Kuschgert. Ich habe immer zehn Minuten, ich habe vier Versuche, dass wir zehn Minuten zu erreichen. Ich bin der Kuschgert. Ich bin der Kuschgert. Ich bin der Kuschgert. Ich bin der Kuschgert. Das ist so. Kommen wir zu Münster. Hier haben wir Kopf. Und hier haben wir Fahrt. Anderfahrt. Kopf oder Adler. Kopf oder Adler. Kopf oder Adler. Wir haben vier Versuche, um zehn Jahre zu gehen. Kopf wurde gesehen. Aber wir versuchen weiterziehen. Und wir haben... Wir haben die Wahl gewonnen. Zeckenhaftabt schon. Wir haben heute 7 Meter. Von wo nach wo wollt ihr kicken? Ich bin so. Cottbus hat die Wahl gewonnen. Und verschiebt auf die zweite Hatch. Und von vorne hast es oft wirklich gebrochen, den wir zurückziehen können, die drei einfach rausgeben body ist. Und dann von hinten... Das sind RICHARD mal verlieben. Ich glaube, ich glaube, dass ich heute Which- amgl conference mache, Maßstab mit dem Buch abge 했. Defense! 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 Wunderbar! Schönen Sie Stock von der Manette! Defense! 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 Wunderbar, da sind die Jungen. Da geht es nicht weiter vorne. Jetzt kommt der weite Pass. Kurzer Pass davon auf Byron Jackson! Wo ist denn Kalle? Kalle hat meine Luft. Pass hier auf Nummer 2. Jawoll! Hey! Check! Ja! 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 Back it up, Martin! Back it up! So! Du zack! Rani Goldhammer! Ja! Tiefen Goal! Ja! Gut. Hey! Muunammar, sieben Goal! Koppelstweil! Kommel! Kommen! Na, neuner Goal ist das Koppelstweil? Sitten so! Na, alles. Einkompen! Oh mein Gott, er ist schon ganz weit weg! Koppelstweil ist mein Ei! Go Big Team, Go Big Team, Defens, 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 Defens. Wir sind nur bei drei. Das war's. Bei Masernball und kommt an! Zweier Versuch! Schön, zweier. Er ist da vorne. Wie ist die Hände? Schuss! 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 Was er ja... Was ist er? Ja. Also, wenn du ihn mit ihm spielst, dann kann er sein. Aber ich habe ihn gesehen, er war aufsides. Er war aufsides. Er war aufsides. Er war aufsides. Das war letztes Spiel. in der Regelung. Das ist er, nicht so stark. In der Regelung. Mit Roten Höfe! Das ist er, wenn du sie mal her aufsidesignalieren. Das ist auf der Regelung. Das ist das, dass wir wieder auf. Das war's für mich. 45 55 55 25 24 4 55 Ja! 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 Wir haben eine Gemeinschaft. Guten Job, O-Line. Grüße zum Behaupten. Heulich. Hey! 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 You can still, b Aim Sin세요. Hey! My only stand in the zone and nobody is there. A stand and cover grass. Yeah! Some bair paral the Berufs andometries the Go! 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 Es geht ja selber, es geht ja selber! Go, go! Ja, schon, Baby! Bayern Bars auf dem Weg! Wunderbar! Banner, du sollst flücken! Man, du bist 500 Kilo! Stay with him, Matteo! Stay with him! Jawohl, wunderbar! 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 Eeeh, Kupfer! Ey, Bars auf! Bring doch mal mal Bars an die Linie! Gau, zack! Guck mal an, guck mal an! Gau, zack! Guck mal an, das funktioniert! Jetzt kann die Bars an, hier Bars kann die Rene, hier Bars kann man noch mal an. Wunderbar! Ich bin eher in Sonne! Ich krieg dieses- Gau, zack, 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 zack! Jaah! Gau, zack, 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 zack! V acercaKausRedbaas opposed den wentem und ja. Skippte, zack, zack! Jau, zack, zack. Wir sind stolz, wir sind stolz, wir sind stolz. Wir sind stolz, wir sind stolz, wir sind stolz. Wir müssen mit ihm verantworten, wer baut denn da jetzt ein Zählchen? Entweder waren wir in der Kaiserschläge nicht auf dem Platz, aber ich denke doch, das hat sehr viel in der Pfanne stehen. Wir haben noch Wasser. Wir sind hier, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier. 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 Ich schaff, was wir heute machen. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Seiner Mutter. Sie hatten wirklich 20 Jahre große Füttertück, Schnitzel und Mahlkartoffeln. Und er ist ein guter Fünfersteller aus dem Mond. Und er tänzt und er geht auf. Schauen, Baby, das geht fünf Jahre nach vorne. Die Ola sagen, die Ola hier auf der Seite sitzt und hier immer im D-Einswurf oder die Fans, die sagen, ich bin eben beschäftigt, euch in Ordnung, die Musik um hier auszusehen. Das war nicht die Ola. Oh, schau mal rein. Schön geht's. Oh mein, guck dir da nicht an. Oh, guck dir, schau. Auf geht's, auf geht's. Ja, wunderbar. Was, wer denn? Schau, Baby. Ola! Ola! Denk gelieb doch! Es ist novel Hasta. Nein, 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 nein! Ola! Ola! Nein, 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 nein! Ja, das war's. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Halt, gut, gut. David! Zack! Ja, das war's. Das ist Matthias. Wir haben jetzt schon mal die Krepas. Let's go! Und er geht. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Was ist passiert? Oh, Flagge gegen Postum! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm! Gubi, Gubi, Gubi! 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 Ja, ein guter Mann! Rund! Rund, Mikro! Es ist ein Museum! Ja, guter Mann! Sie sind auf der Nachteil! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10! Rund, Mikro! Ja! 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 Rollstocke So, schauen wir mal, geht weiter an Bass Byron Jackson, oh mein Gott, oh, da hat er, da hat ihn jemand im Weh geschlagen, Callum, ja, Callum hat jetzt, oh, 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 jawohl, da kommt die Flagge, das haben sogar die Leute auf den Rennen gesehen, dass das ein Facemask war, arg gefährlich, da muss die Flagge kommen, natürlich. Hoffentlich ist da nichts passiert. Schön ran, Schadenwiff, gleich und auf, first down, break, finish. Good job, Schadenwiff, first down, first down. Wir sind eh, wenn wir nicht mehr, wir sind. Bass Byron Jackson. Boah, Sauber, bei. Wunderbar ich, Schadenwiff, Schadenwiff der Spahn, Bass Byron Jackson. Schadenwiff, ein Wasser cold, das ist die Opa aus dem Indien Gを, Und deshalb ganz vorne, die Nummer 67 dabei sind, die Bühne, Nummer 25, die Bühne ausdrücken, dass sie so in der Drohche sind, ich schreibe das Bühne. Sehr schön, sehr schön, ich falle in was Jetson. So, das ist ein Punkt, ja, aber wenn ihr jetzt fragt, warum soll das passieren, natürlich soll das passieren, hier drücken wir mal hier hoch, hier stehen die Nippenheim von Rostrad. Sehr gut, die Nummer 6 aus unserem Team, Zach Christian. So, der Lundpass kommt, Alexander Muschen, komm mal dran, kurzer Pass. Ach, Junge, Junge, ja, das zeigt die Klasse, das ist, das ist natürlich, man muss es sagen, es ist ein großes Kino. Also das ist wirklich gut, Unterdruck, der Alex Muschen war dran gewesen. Der Ragnino hat 27, jetzt macht er es besser. Jawohl, da ist er durch. Wanderlust, der Rippo. Der Rippo. Der Rippo. Good job, Orlein! Schöner Pass! Heißt du mir? So, er schießt wieder den Ball zu Kuhn. Oh, langer Pass! Das ist geil, geil! Jawohl, da hat er Stilfunk. Ist das der Stil? Lange, langer Pass, kam wunderbar durch. Oh, genieße Siebel! Alle 5! So, sind auf dem Stirn. Wunderbar, gut! Alle 5. Quarters! Schöner! Schöner! Oh, ja, wir haben gut! Andere, kürzen Sie jetzt an! Schöner! Schöner! So, ich muss noch mal es überreiten. Wir werden den Ball liegen. Ich muss schon mal etwas vorbereiten. Und da kommt die Flagge. Überdrückende Herde, keine Ahnung, die ist faul. Und so mit automatisch First Down, Clayfish. Schöner Ruhe. Hier geht's Chris. Schöner Ruhe. Schöner Ruhe. Schöner Ruhe. Schöner Ruhe. Es geht da hinten hier, was so gern. Mal gucken, was der Weiselt war. Wunderbar. Let's go! Let's go, Francis! Let's go! Let's go, Francis! Let's go! Wunderbar. Wunderbar. Verdammt. Freie. Freie in die Schauspieler. Ja! 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 Ja wunderbar, ja super, schön, alle durchspielten Zug, alle haben sie gesehen. Ja, aber dann sind wir nicht voll. Oh, schöner Pass, Hände, Hände, Hände! Oh, Hände, Hände! Ja, Hände! Ja, Hände, Hände! Oh, Hände! Oh, Hände! Oh, jetzt hat der Pfarrer und die Mastmascheibe eingeschossen. Da hinten. Neuer Spielstand! Ohne, komm doch mal rein! Ganz im Berling, ganz im Berling! Ich weiß nicht! LK4! Das ist gerade bei uns, wo es ist. Das ist gerade bei uns, wo es ist. Das war Kölner, ne? 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 Dankeschön! Das war Kölner, wenn da jemand kommt. Und dann kommt doch auch mal in die Kranghunter-Pau rein. Hallo. Herr Schwede. Let's do it, how it is. Hat er ihn geworfen? Lose Mama, bring me some Alpha. Oh, Alter, sag schau mal, ist der schreckte Arthiess-Handtower. Pizza Amerika. Ein großes Dankeschön der Rostocker, komm gut nach Hause, schönes Spiel, ich denke wir sehen uns am 24 Euro, sehr gutes Spiel, feiert euch am Meisterschaft, und wir werden den Knaus 2.0 feiern, für uns heißt es jetzt am 3.5. Berge ist und man wer du mehr ist, wie gesagt, immer einfach haben wir 10.9. hier auf dem Sportplatz dieser Uhr, und wir werden das direkt in den kleinen der kleinen Rüe, die wir ganz schön bedeuten, die Blüte, Blüte und Weiß, Steins, alles was wir machen, und wir werden unter der 24.9. Leute, danke schön ihr Jungs, super gefaltet, danke schön ihr Spielsitzel, sehr gestaut. So, ja wohl.